Hallo und herzlich willkommen zu den Reporter Lifehacks. Wir haben heute das Thema Festival. Ihr kennt das alle, ihr seid den ganzen Tag auf dem Festival unterwegs. Am Mittag scheint die Sonne, die knallt euch auf den Kopf und am Abend ist es zu kalt. Dafür haben wir einen ganz einfachen Trick, wie ihr euch mit einem Piece, nämlich so einem ganz einfachen Long Sleeve, vor der Sonne schützen könnt und am Abend könnt ihr es überziehen. Dazu wickelt ihr das einfach drauf. Dann habt ihr so einen langen Schal, den wickelt ihr euch jetzt einfach um. Einmal kreuzen und hinterm Kopf wieder zusammen. Dann kann man noch so ein bisschen die Zuppel hier verstecken und am Ende sieht es super aus. Abends nehmt ihr das Ganze wieder raus, faltet es auf und könnt den Pulli überziehen. Ich weiß nicht, ob ihr auch das Problem habt, bei mir rutscht immer meine Sonnenbrille runter. Ich habe jetzt ein super Trick für euch. Ihr besorgt euch einfach Lidschattenbasis in der Drogerie oder Parfümerie. Nehmt davon so ein ganz kleines bisschen auf den Finger, tupft euch hier ein bisschen hin, setzt die Brille wieder auf und nichts rutscht mehr runter. Sie hält. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei alten Flip Flops leiert das gerne mal aus und der Steg fliegt hier raus. Da gibt es einen super Trick. Man nimmt sich einfach von einer Getränkedose diese Lasche, dann schneidet man ein Stückchen ab. Dann hat man hier so eine kleine Lücke. Man zieht das durch und fädelt man das dort ein und zieht es fest. Und schon sitzt der Flip Flop wie neu. Das waren die Reporter Lifehacks für diese Woche. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da oder einen Kommentar. Und wenn ihr vielleicht den ultimativen Lifehack-Tipp für uns noch habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.